Neben den Gaben des Heiligen Geistes und den einzelnen Gläubigen hat Gott auch der Gemeinde als ganzes Gaben geschenkt. Diese Geschenke sind Menschen, die den Auftrag haben, Gottes Volk zum Dienst zu rüsten, damit die Gemeinde, wie die Bibel beschreibt, der Leib, der Körper Christi aufgebaut wird. Nachdem wir bereits in zwei Seminaren über den fünffältigen Dienst sowie das Amt des Aposteln gesprochen haben, heiße ich euch herzlich willkommen zum Seminar Dienst und Amt des Propheten. Schön, dass ihr auch diesmal dabei seid. Aber vorher lasst uns zuerst nochmal die fünf Dienste bzw. Ämter im fünffältigen Dienst überfliegen oder Überblick verschaffen, damit wir die Übersicht vor Augen haben. Dann tauchen wir tiefer in den Dienst bzw. das Amt des Propheten ein. Also wir starten nochmal wieder kurz mit dem Apostel. Er hat die Ausbreitung des Reiches Gottes durch Gemeindegründungen auf dem Herzen. Was macht ihn aus? Er erkennt Gottes Strategien, er macht sich Gedanken, spricht mit dem Herrn, unserem Gott und fragt ihn um die Pläne für unsere Ortschaften, für unsere Städte, für unser Land. Und dann, weil er so ist, er beruft den Apostel und sendet Menschen in den Dienst. Nun, zweitens ist Prophet, er sucht Gott, um Offenbarungen und Visionen von ihm zu empfangen. Er betont besonders Hingabe und Heiligung und mehr dazu im Verlauf des Seminars. Evangelisten. Für ihn ist die Rettung der Menschen vordergründig. Er zeigt tiefe Liebe und Engagement für sie, für die Verlorenen. Er sucht Menschen, um sie zu Christus zu führen. Dann der Hirten. Für ihn ist die Beziehung und das Wohlergehen der Herde vordergründig. Er fördert Heilungsprozesse am inneren und äußeren Menschen. Und dann, zu guter Letzt kommt der Lehrer. Für ihn ist die Verwurzelung im Wort Gottes vordergründig. Er betont Stabilität, Schutz und Orientierung durch die Bibel. Auch in der Bibel. Soweit ein kurzer Überblick. Nach meiner Wahrnehmung werden zur Zeit überwiegend Hirten, Lehrer und Evangelisten betont. Deshalb plädiere ich dafür, den fünffältigen Dienst in seiner Ganzheitlichkeit zu sehen. Jede Einseitigkeit führt zu Mangelerscheinungen und Extremen. Und dennoch merken, dass jeder von uns, irgendwie auch ich, besonders auch ich, tendiere zur Einseitigkeit. Deswegen brauchen wir die Vielfalt und Ergänzung der Ämter. Nun, wir schauen jetzt uns die Individualität dieses Dienstes. Der fünffältige Dienst begegnet uns selten in Reinform. Also es gibt nicht typisch nur Apostel, sondern ist eine Mischung da. Wir sehen beispielsweise, dass die Propheten der Bibel sich voneinander sehr unterscheiden. Auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament werden wir gleich uns das anschauen. Es existieren Propheten mit Lehrbegabungen, Propheten mit Hirtenbegabungen, Propheten mit evangelistischer Begabungen. Bis heute ist das noch der Fall so im Reich des Herrn. Ein Propheten mit Hirtenbegabungen wird beispielsweise eher nach innen arbeitet, statt nach außen. Das heißt, wenn ein Prophet in Organisation, in einer Denomination, in einer Gemeinde sich befindet, seine Aufgabe wird eher nach innen gerichtet, als nach außen. Nun, was ist ein Prophet überhaupt? Das Neue Testament kennt eine Trennung von Gaben, die prophetische Gaben, und Ämter, die Propheten. Und das ist für mich besonders wichtig zu betonen, den Unterschied zu differenzieren, zu sagen, wer ist wirklich Prophet und wer ist der Prophezeiender oder der Mensch, der in der Gabe agiert. Das Amt eines Propheten ist an eine Person gebunden und bedarf der Offenbarung, sowie von Gott auch sichtbare Offenbarung, dass die Menschen da sehen, dass der Prophet da zugange ist. Gaben sind Geschenke des Heiligen Geistes an die einzelne Gläubige. Ämter sind dagegen Geschenke Jesu an die Gemeinde. Dazu lesen wir aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte, Kapitel 21, Vers 9 und 10. Es geht jetzt um die Differenzierung zwischen Gaben und das Amt eines Propheten. Wir schauen uns hier an. Er hatte Philippus vier Töchter, die alle unverheiratet waren und denen Gott die Gaben des Prophetischen Reden geschenkt hatte. Hier sehen wir vier Damen, vier Töchter, die Gaben des Prophetischen Redens haben. Und jetzt kommt Vers 10. Wir blieben einige Tage dort und während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophetennamen Agabus zu uns. Der Agabus werden wir heute nochmal begegnen an anderer Stelle. Hier sehen wir den Unterschied. Das waren prophetisch begabte Menschen, also Gaben des Heiligen Geistes und ein Prophet, der das Amt nach Epheser 4, Vers 11 innehatte. Und in Epheser 4, Vers 11 lesen wir, er ist nun auch, also Christus, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Wir merken den Unterschied, dass der Gaben des Heiligen Geistes und hier sind Menschen, die als Geschenke sind. Ich wiederhole, er ist nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr Apostel gegeben, der Propheten, der Evangelisten, der Hirten und Lehrer. So ist dann die Finanzierung, die auch vorzufinden ist im Neuen Testament. Und jetzt finden wir uns den Propheten. Was macht ein Propheten aus? Ein Prophet ist hingegeben ohne Menschenfurcht und konstant in seinem Dienst. Klar, an anderer Stelle, jeder Mensch hat Menschenfurcht, aber ein Prophet Elia, wenn wir ihn nehmen, er damals in bestimmten Auftrag, in der Situation, hat er keine Menschenfurcht. Er hat einen Auftrag vor Gott und er ist bestrebt, diesen Auftrag auch auszuführen. Und das macht einen Propheten aus. Erster Königin, Kapitel 17, Vers 1. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sprach zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. In diesem Jahr soll weder Tau noch Regen fallen. Er sei denn auf mein Wort hin. Schaut mal, was für eine Aussage hier. Er ist sicher, dass dieses Wort von Gott kommt. Und er ist sicher. Er sagt, es wird so geschehen. Und die Propheten, wie jeder Mensch, wird aufgrund seiner Aussagen auch geprüft. Und ich liebe das an der Bibel, an dem Wort Gottes, dass die Propheten gesprochen werden und dann werden sie der Prüfung unterzogen. Genauso auch im Neuen Testament. Was macht jetzt, machen wir den Sprung nach dem Neuen Testament? Und was ist mit Propheten? Zum Beispiel im Neuen Testament. Der Prophet ist ganz nah an seinem Meister. Und das ist ein Beispiel aus Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 23. Lesen wir, der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesus Seite. Hier ist die Rede von Johannes, dem Apostel im Neuen Testament, dass er auch an Seite Jesu ganz nah war. Das heißt, ein Prophet sucht Gott, wie Elia, um seine Aufträge auszuführen. Und gleichzeitig sucht er besondere Nähe von Jesus Christus. Er distanziert sich nicht, sondern an seiner Seite. Er ist kompromisslos. Er will das Reich Gottes bauen. Und wir schauen nochmal, wie behandelt Gott die Propheten? Es ist eine interessante Bibelstelle. Dieser Prophet ist im vertraulichen Gespräch mit dem Herrn, unserem Gott. In den Propheten Amos, Kapitel 3, Vers 7, lesen wir folgende Aussagen, die mich sehr bewegen, auch in unserer Zeit. Nichts tut Gott, der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Was heißt das zu unserer Zeit? Das bedeutet, dass alles, was in der Welt geschieht, offenbart Gott erstmal seinen Knechten und Propheten. Wieso? Damit die Gemeinden oder Gemeinde oder ganze Bewegungen gewarnt und vorbereitet werden, damit sie wissen, was zu tun und was zu lassen ist. Deswegen offenbart Gott seine Ratschlüsse an Knechten und Propheten. Und wie gut ist es, wenn ein Land bzw. eine Bewegung, eine Kirche bei sich auch Propheten hat, damit sie gut vorbereitet sind. Was ist noch Prophet? Ein Prophet ist ein Sprachrohr Gottes. Wir lesen in Remia 15, Vers 9, 19. Darum so spricht der Herr, wenn du umkehrst, lasse ich dich umkehren. Dann darfst du weder von mir stehen. Redest du Edles und nicht Gemeines, dann darfst du mir wieder Mond sein. Jener sollen sich dir zuwenden. Du aber wend dich ihnen nicht zu. Hier spricht wieder, Gott benutzt den Propheten als Sprachrohr und er spricht zum Menschen. Und hier wieder sehen wir die Gradlinigkeit. Auch treu dem gesagten Wort Gottes. Also Prophet ist kein Kanal, in den er hineinfließt oder rausfließt, sondern Sprachrohr. Kanal übernimmt keine Verantwortung für seine Worte. Ein Sprachrohr vermengt immer mit seiner Persönlichkeit und deswegen wichtig ist für uns, dass wir Gefäße oder ein Sprachrohr sind, dass wir die Botschaft der Propheten weiter an den Menschen tragen. Es ist wichtig nochmal zu betonen, ein Prophet ist ein von Gott berufener Mittler oder Vermittler des Wortes Gottes. Das heißt, noch einmal betone ich hier, er spricht, er vermittelt das Wort, was er empfangen hat. Und hier später ein bisschen mehr dazu. Auch Fehler sind möglich. Deswegen überall an jeder Stelle prüft er alles, ob er das Gute behaltet. Was ist dann Prophetie? Wir haben es uns Propheten angeschaut, wie er agiert, wie er handelt. Und jetzt schauen wir uns Prophetie an und sagen, was ist die Prophetie überhaupt? Prophetie bedeutet Weissagen. Also das heißt, für jemanden sprechen. Prophemie heißt es, weitersagen, was man empfangen hat. Wir lesen im Alten Testament im zweiten Buch Mose, Kapitel 7, Vers 1. Der Herr sprach zu Mose, hiermit habe ich dich für den Pharao zum Gott. Dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Das heißt, hier lesen wir, da hier an dieser Stelle spricht Gott, ich mache dich für den Pharao zum Gott. Wieso? Wir wissen aus dem Alten Testament, dass der Pharao, der ägyptische Pharaonen sich für Götter hielten. Und Gott, der Herr, spricht, ich schaffe eine richtige Ordnung. Du wirst über Pharao stehen, nicht unter Pharao stehen. Und Aaron soll dein Sprachrohr sein. Er soll mit dem Pharao reden. Klar, wir wissen aus der Geschichte mit Mose, dass er auch eine Unterstützung benötigte. Und sagte, ich kann nicht vernünftig reden, ich kann mich nicht artikulieren. Und Gott sagt, ich gebe dir einen Menschen deiner Seite, der für dich auch sprechen wird. Aber hier, an dieser Stelle ist besonders für mich festzuhalten, Gott schuf eine richtige Ordnung. Wo ein Pharao unter Mose stand und Aaron sprach dann zu ihm. Prophetie ist als klares Verkündigung eine Botschaft. Keine Wiedergabe von Empfindungen. Und das ist wichtig für uns festzuhalten. Nicht, ja, ich empfinde, ich vermute, könnte sein, sondern prophetisches Wort ist hier sehr klar beschrieben. In Apostelgeschichte ist ein Beispiel, Kapitel 8, Vers 29, sehr gut beschrieben. Der Heilige Geist sagt dazu Philippus, geh zu dem Wagen dorthin und halte dich neben ihm. Hier ist eine ganz klare Anweisung, was zu tun und zu lassen ist. Mir fehlt eine Geschichte dazu ein. Ich glaube, ich habe noch keine Geschichten erzählt, aber mir fehlt eine Geschichte jetzt dazu ein. Ein mir gut bekannter Mensch hat gesagt, ich schaffe mir zu meinem besonderen Anlass, kaufe mir ein Geschenk, investierte Tausende von Euro in sein Geschenk, damit er Freude an ihm hat am Geschenk. Und das Geschenk besuchte er dann mit diesem Geschenk eine Gemeinde in fernem Lande. Das Land werde ich nicht nennen. Er nahm dir seine Utensilien, seine Kamera, seine Objektive, um gute Fotos in diesem Land zu machen. Und der Geistgott spricht zu ihm, schenk ihnen das, was du mitgebracht hast. Klar war das erstmal nicht einfach, aber gehorsam zu sein ist auch wichtig, auch in unserer Zeit. Und als er das Geschenk überreicht hatte, diesem Pastor dieser Gemeinde, er war erstmal verdutzt und sagte, ich habe nicht gewusst, dass Gott so schnell auf Gebete antworten kann. Wir haben gerade letzte Woche gefastet und gebetet, weil wir keine Mittel haben, um Livestream zu betreiben. Wir brauchen Kamera und Objektive. Und innerhalb von einer Woche gibt Gott eine Antwort. Liebe Freunde, Wunder geschehen immer noch, aber Gott sucht Menschen, die bereit sind, ein Teil des Wunders zu werden. So kannst du auch, wenn der Geist Gottes spricht, bestimmte Dinge zu tun. Er sagt nicht, versetzt den Berg. Es geht nicht, um Geografie zu verändern für uns, sondern er sagt, beschenke jemanden. Sag ein gutes Wort jemand. Nun wir kommen wieder zum Wort des Herrn. Hebräer 3, Vers 7. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört. Nicht morgen, sondern heute. Dann heißt es, gehorche heute. Ein Prophet lernt für sich, gehorsam zu sein und ermutigt auch Menschen, in dieser Dimension einzutauchen und nicht aufzuschieben, sondern zu handeln. Klar, müssen wir nachdenken, aber handeln sollen wir auf jeden Fall. Wir schauen uns die Finanzierung prophetischer Begabung und Prophet noch einmal. Nicht jeder in der Gemeinde im Neuen Testament, der prophetisch spricht, ist auch ein Prophet. Paulus nimmt hier eine deutliche Differenzierung vor. Demzufolge möchte ich einerseits von der Gabe der Prophetie sprechen und andererseits vom charismatischen Amt oder dem Dienst des Propheten. Zu Ergaben des prophetischen Dienstes bzw. zur Gabe des Heiligen Geistes habe ich schon ausführlich Seminar gehalten. Ihr könnt euch auf meiner Seite anschauen, wie man das Wort Gottes empfängt, wie man das weitergibt, wie man prüft die prophetische Reden. Dafür habe ich schon intensiv mit dem Thema, wenn ich mich beschäftige. An dieser Stelle rede ich über Propheten, seine Aufgabe und seine Rolle und wer das lebt. Also, einige Theologen differenzieren daher zwischen verschiedenen Stufen von Prophetie. Eine Aufteilung, die ich persönlich befürworte, ist die Gliederung von drei Ebenen der Prophetie, wie sie zum Beispiel von May Bickel und Michael Sullivan beschrieben ist und sie vorgenommen haben. Das gefällt mir gut und ich habe das auch in meinem Buch aufgenommen und für mich dann weiterentwickelt. Also, die erste Ebene, die einfache Prophetie. Grundsätzlich haben alle Christen eine prophetische Begabung. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weiß sagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Hier lesen wir, alle zusammen sind einbezogen in diesen Prozess. Das heißt, jedes Kind Gottes, jeder Mensch, der Jesus Christus als Erlöser angenommen hat, hat mindestens einmal die Stimme Gottes gehört. Das heißt, kein Mensch kann bekehren oder umkehren von seinem alten Leben zu neuem Leben, ohne die Stimme des Heiligen Geistes gehört zu haben. Denn, wir wissen alle, von der Sünde und Schuld überführt nicht die Theologie, sondern der Heilige Geist. Das ist das Herzensanliegen. Und der Geist Gottes spricht zu Menschen hinein. Menschen werden überführt und sie entscheiden sich für Christus und werden Kinder Gottes. Nicht nur Geschöpfe Gottes, sondern Kinder Gottes und gehören zur Familie Jesu Christi. Also, jedes Kind Gottes hat mindestens einmal im Leben die Stimme Gottes gehört. Aber ich sage wesentlich mehr. 1. Korinther 14, Vers 3, wer aber prophetisch redet, redet zur Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und hier sehen wir wieder so mehr eine Handreichung Gottes durch Menschen, Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und einige sagen, der Prophet muss immer mit Zeigefinger kommen. Wir wissen, ich habe schon in einem anderen Seminar gezeigt, dass das fullfältige Dienst eine starke Hand Gottes ist. Also Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Und Apostel verbindet sie und Prophet kommt nicht mit mahnendem Finger, sondern dich will Gott haben. Er sagt, dich will Gott haben, dich sucht Gott, ich habe Offenbarung für dich. Einige sagen, der Prophet muss mehr und mehr ermahnen und Gericht predigen. Liebe Freunde, das größte Gericht ist für Menschheit, dann wenn Gott seine Hand aus seinem oder ihrem Leben zurücknimmt. Viele Menschen nehmen Gott aus ihrem Leben raus, aus der Schule raus, von der Arbeit raus, überall muss er rauskommen. Und ich sagte, wenn Gott aus deinem Leben raus ist, das ist die größte Bestrafung. Deswegen mahnt der Prophet, sucht die Nähe Gottes. Kommt zu ihm, damit du auch erbaut und getröstet bist, weil da ist der Segen. Denn am Segen des Herrn ist alles gelegen, so ein deutsches Sprichwort. Das allgemeine Prophetie. Dazu gibt es einige Beispiele, wo Menschen allgemein, wenn sie das Wort Gottes aufschlagen, die Bibel lesen, sagen, das Wort Gottes sprach zu mir. Das ist allgemeine Prophetie. Für die Alten besonders werden sie Träume haben. Ich münd sie jetzt auf mich. Ich bin schon älterer Mensch und ich sage, wieso auf Alten? Das ist aber meine Interpretation. Liebe Freunde, hat mit dem Wort Gottes nicht zu tun, sondern meine Interpretation. Wieso die Alten träume, sage ich mir. Ganz einfach, weil ich gerne mit Gott diskutiere, warum es nicht funktioniert. Aufgrund Lebenserfahrungen und wenn ich Träume habe und dazu werde ich noch ein intensiver Seminar aufnehmen über Träume, wie gehe ich damit um, dann merke ich bei mir, wenn ich einen Traum hatte und wenn er vom Herrn ist, wenn er geprüft ist, dann diskutiere ich nicht mehr, sondern wir fangen an zu handeln. Nun, wir kommen zur zweiten Ebene der Prophetie. Prophetische Begabung. 1. Korinther 12, Vers 8. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Hier sehen wir die Gaben des Heiligen Geistes, Charismen des Geistes. Das heißt, Gaben, neun Geistesgaben werden beschrieben in 1. Korinther 12. Was ich empfehle, auf jeden Fall mit dem Thema sich zu beschäftigen. Wir wissen, dass wesentlich mehr Geistesgaben sind, aber hier sind die besonders die neun Gaben hervorgehoben. Und dabei ist es wichtig, wenn wir die Geistesgaben praktizieren, auch prophetisches Reden. Wieso ist es so wichtig, in prophetischem Reden unterwegs zu sein? Liebe Freunde, prophetische Reden hat zweierlei. Ein Prophezeiender wird befreit von seinen Vorurteilen, wenn er genau sieht, was Gott zum Menschen sagen möchte oder sagt. Und zweitens, der Mensch wird gesegnet. Das heißt, wenn ich für Menschen prophetisch unterwegs bin, ich merke, durch meine Lebenserfahrung habe ich bestimmte Bilder über den Menschen, wie sie sein könnten. Aber wenn der Herr mir offenbart, wie er über sie denkt, plötzlich endet meine Meinung komplett dazu. Und darüber hinaus, wenn Menschen prophetisch unterwegs sind, sollen wir wissen, Gott sieht und behandelt Menschen nicht vom Ist-Zustand, sondern vom Soll-Zustand. Was bedeutet? Deswegen dieser Dreiklang des prophetischen Redens. Er behandelt nicht, was der Mensch so ist, sondern wie Gott ihn haben will. Und unsere Aufgabe ist, den Menschen mit auf die Reise mitzunehmen. Nun, wir kommen zu der dritten Ebene, das Amt des Propheten. Epheser 4, Vers 11. Und er selbst gab den Heiligen, die einen Apostel, anderer als Propheten, anderer als Evangelisten, anderer als Hirten und Lehrer. Das bedeutet, hier sehen wir das Amt eines Propheten. Das bedeutet, Gott beschenkt, der Herr beschenkt die Gemeinde mit Personen. Und diese Personen sind nicht unbedingt nach einer Kirche vor Ort gebunden, sondern sie agieren über den gemeindlichen Dienst, das heißt, über die Grenzen hinaus. Seitdem, wenn ein Prophet hierdliche Begabung hat, dann ist er mehr nach Innengericht. Wenn er evangelistische Begabung hat oder mit apostolischen Ausrichtung, da ist er mehr auf Ausbreitung des Reiches Gottes unterwegs. Wenn wir über den fünffältigen Dienst sprechen, dann sind hier Personen gemeint. Wie gesagt, wiederhole ich gerne. Und in der dritten Ebene anzusiedeln sind diese Menschen. Das Amt des Propheten bekleidet Gläubige, deren Dienst in etwa dem alttestamentlichen Propheten entspricht. Liebe Freunde, an dieser Stelle sage ich mit Absicht, in etwa bitte mich verwechseln. Denn der Dienst des Propheten im alttestament unterscheidet sich von dem im neuen Testament sehr. Da war ein ganz anderer Auftrag. Die Propheten dienten der Gemeinde Israel, dem Volk Israel. Und sie haben ganz andere Aufgaben. Wir leben in neutestamentlichen Zeiten. Wir haben ganz andere Auftrag und andere Aufgaben. Und so ähnlich etwa, aber nicht eins zu eins zu vergleichen. Und jeder Vergleich ist sowieso problematisch. Menschen, die dieses Amt gerufen sind in fünffältigen Dienst, sind oft ihre Dienste durch Zeichen und Wunder bekleidet. Und besonders, wenn wir Apostel Paulus studieren oder über die Ämter, wo er beschreibt, er schrieb über sich besonders, was mich fasziniert, er sprach mehr über seinen Charakter. Und dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass bei den Gaben von Menschen als Begabung, damit sie gut ankommen, dass das Wort Gottes nicht, weil Menschen gut dastehen, sondern das Wort Gottes gut ankommt, müssen sie besonders an den Charakter arbeiten. Und den Herrn, unser Gott, als Charakter zulassen. Deswegen eine Gleichung habe ich in meinem Buch geschrieben, Charisma minus Charakter gleich Chaos. Das heißt, die beste Begabung nutzt nichts, wenn sie nicht vernünftig gelebt wird. Deswegen sagt Apostel Paulus, ich kam zu euch wie eine liebende Mutter, mit viel Geduld und Ausdauer. Und dann Zeichen und Wunder. Und genauso empfehle ich jedem Menschen, der das Amt in sich hat, was Gott ihnen als Geschenk benutzt für die Gemeinde, dass er besonders auf seinen Lebenswandel achtet. Nun, wir kommen wieder. Die Prüfung und ihre Offenbarung ergibt immer wieder von Propheten, dass sie das Wort Gottes zutreffender weitergeben als ganz normale Begabungen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie unfällbar wären. Das wäre ein Druckschluss. Auch hier gilt, prüft alles und das Gute behaltet. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Als sie über die drei Dimensionen des prophetischen Dienstes gesprochen haben, könnt ihr euch im anderen Seminar noch mal anschauen. Aber hier noch mal zu erwähnen, es kann sein, dass das Amt des Propheten zu 90 Prozent das Wort vom Herrn hat und 10 das Menschliche. Deswegen prüft alles, das Gute behaltet. Und wenn allgemeine Prophetie kommt nur mit 5 oder 10 Prozent vom Herrn und 90 oder 80 oder 70 von Menschen, prüft alles, das Gute behaltet. Ein Wort vom Herrn, wie gut. Und ihr wisst genau, dass jede Grafik und Statik ist sehr statisch und entspricht nicht der Wirklichkeit. Deswegen auch beim Amt des Propheten kann bis 90 Prozent das Wort vom Herrn sein. Aber wir wissen eine Geschichte aus dem Alten Testament, dass Gott sogar sich einer Eselin bedient hat, die zu 100 Prozent gesprochen hat. Aber wir wollen doch keine Esel sein, deswegen wollen wir das Wort Gottes weitergeben in der Kraft und Autorität, die uns geschenkt worden ist. Die Propheten im Gemeindebau. In Bezug auf den Gemeindebau wird herausragende Stellung der Propheten auch dadurch deutlich, dass sie beispielsweise Epheser 2, Vers 19 und 20 in einem Zug mit Jesu, in einem Zug mit Jesu und Apostel aufgezählt und das Fundament der Gemeinde bezeichnet werden. Ich lese Auszug. Epheser 2, Vers 19 und 20. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses und dass ihr eingefügt seid, sind Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Die Stelle 2. Korinther 12, 28 ergänzt diese Aussage noch. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind Apostel zu nennen, an zweiter Propheten und an dritten Lehrer. Hier ist wichtig darauf zu achten, dass sie eingebettet sind und Gott baut seine Gemeinde. Jesus Christus ist der Eckstein, verbindet alles. Jesus Christus ist allem verbindende Element und Apostel und Propheten setzt er auch ein, seine Gemeinde zu bauen. Also, wir schauen uns jetzt die Wichtigkeit des prophetischen Dienstes in unserer Zeit. Erstens, der erste, er offenbart den wahren Zustand der Gemeinde. Und zwar in Offenbarung 2, Vers 2 spricht der Geist Gottes, spricht Jesus zu einem Leiter einer Gemeinde. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut und was du durchprüfst, als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Das bedeutet, wenn ein Prophet in die Gemeinde hineinkommt, er entlarvt und offenbart in der Gemeinde Menschen, die mehr über sich reden als sie sind. Also, offenbart der wahren Zustand der Gemeinde. Und das braucht jede Gemeinde, jede Kirche. Zweitens, was ist seine Aufgabe noch? Er hilft den Geschwistern, ihren Platz in die Gemeinde einzunehmen. Das heißt, ein Prophet kommt hinein und er spricht im Leben von Menschen, damit sie einen Platz finden. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lernern. Barnabas, Simon genannt, der Schwarzer, Luzius und aus Zyrene, Manajen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebeten und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Das bedeutet, er spricht auch hier, lesen wir, dass Paulus ausgesandt worden ist und Barnabas ausgesandt worden sind. Und Petrus betont das für uns, für Einzelne, dass sie wir uns einbetten lassen sollten, einfügen lassen sollten in die Gemeinde. 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird, von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Das bedeutet, Petrus fordert uns heraus, dass wir unseren Platz einnehmen. Was ist die Aufgabe weiterhin? Drittens, er hilft der Gemeinde, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Das heißt, es ist wichtig, dass jedes Kind Gottes seinen Platz in der Gemeinde findet und mitarbeitet in der Gemeinde und genauso, dass die ganze Gemeinde für die Gesellschaft da ist. Auch Diakonie gehört dazu. Wir leben in dieser Welt und Prophet lädt Menschen hinein, dass wir uns auf den Weg machen und nicht nur für uns alleine, separat in unserem kleinen Club leben. Also drittens, Sprüche 29, Vers 13. Arme und ihre Unterdrückten begegnet einander und wer sie beide am Leben erhält, ist der Herr. Oder Apostelgeschichte 21, Vers 10. Wir blieben einige Tage dort und während der Zeiten kamen auf die Idee, ein Prophet namens Agabus zu uns. Wieder erscheint hier für uns Agabus, über den wir damals vor kurzem gerade kurz angeschaut haben. Er stellte sich in unserer Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Füße und die Hände und erklärte. Der Heilige Geist sagt Folgende. Genau so wird es dem Mann ergehen, dem diesen Gürtel gehört. Er wird von Juden in Jerusalem gefesselt und an Menschen fremde Völker ausgeliefert werden. Nun wissen wir genau, wie Paulus darauf reagierte. An anderen Stellen und Orten haben die Geschwister ihn gebeten, dass er bitte nicht nach Rom ginge. Paulus aber sagte, nein, ich will nach Rom gehen. Ich will in der Gesellschaft in Rom wirksam sein. Meine Aufgabe ist, vor Kaiser zu treten. Egal, was die Prophetin ihm gesagt hat, er wurde gewarnt von Propheten, aber Paulus wusste, was sein Auftrag ist. Und wie oft erlebe ich auch selbst in meinem Leben, kommen Propheten und sagen, so spricht der Herr zu dir. Ich sage, das weiß ich, aber ich mache das. Wieso machst du das? Weil mein Auftrag dementsprechend ist. Nicht, weil ich das will, so oder so, sondern ich habe bestimmte Beauftragungen auch in der Gesellschaft. Und jede Kirchengemeinde soll auch für die Gesellschaft da sein, damit wir Licht der Welt ausleben. Weil jedes Kind Gottes ist Licht der Welt und wir sollen Licht auch ausleben. Viertens, die Aufgabe des Propheten. Der prophetische Dienst führt die Gemeinde zu Reife. Epheser 4, Vers 13. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur voller Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, ist eine ganze Fülle. Was für eine Zusage. Das bedeutet, der Prophet ist dafür da, dass Menschen das Maßstab der Fülle, was ihnen zu uns zusteht, einfach erreichen können. Er nimmt die Menschen an der Hand und sagt, komm, ich begleite dich, komm, ich erzähle dich. Er fordert Menschen auch heraus. Wie lange wirst du nach warten? Und wie oft rede ich mit Menschen? Wieso sitzt du? Wieso baust du keine Hausgruppen? Ja, ich warte auf eine günstige Gelegenheit. Heute, spricht der Herr, wenn ihr meine Stimme hört, heute ist die günstige Gelegenheit. Und ich war vor kurzem in einer Gemeinde, vor einer Woche, da waren zwei türkische Mitbürger im Gottesdienst. Ich liebe das, wenn Menschen hineinkommen in der Kirche. Und plötzlich spricht der Geist Gottes zu mir, geht zu ihnen. Klar habe ich mit ihnen Gespräche angefangen und konnte sie, habe ich ihnen Handreichung gegeben und sagt, ja, wir sind ganz zufällig hier. Zufällig gibt es nicht, die Gnade Gottes fällt uns zu. Aber es ist eine Aufgabe oder es war eine Möglichkeit, dass wir uns begegnen. Und so konnten wir über Christus reden und sie baten selbst freiwillig, sagten, ja, komm, segne uns, wir wollen gesegnet werden. Das heißt, wir machen uns auf und dienen mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Die fünfte Aufgabe. Der prophetische Dienst schützt die Gemeinde von Verwirrungen durch angebliche Prophetien. Auch wie oft. Ach, liebe Freunde, es gibt so viele. Sorry für das Wort, was jetzt kommt. Wald und Wiesen prophetieren. Passt bitte auf. Offenbarung 2, Vers 20 lesen wir. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführst sie mit ihrem Lehre meine Diener zur sexuellen Zügelosigkeit und zum Essen und das Opferfleisch, dass der Götze geweiht wurde. Hier ist ganz klar angeblich prophetische oder angebliche Propheten, sie versucht Menschen von dem Wort des Herrn abzulenken und dass sie in sexuelle Beziehungen eintreten, die sehr klar definiert in der Bibel differenziert stehen, dass sie das nicht machen sollen. Und genauso von Götzendienst. Hier ermahnt der Heilige Geist und spricht, dass wir als Leiter darauf besonders achten, welche Worte, welche Einflüsse sogenannten prophetisch begabten Menschen in die Gemeinde führen. Einige sagen, ja Johannes, du bist altmodisch. Gott wird doch seine Meinung geändert haben. Das war damals, liebe Freunde. Jesus sagt, Himmel und Erde vergehen. Mein Wort vergeht nicht. Unsere Aufgabe ist, in der Heiligung zu leben. Und gemäß dem Wort des Wortes Gottes. Sechste Aufgabe. Er verschafft davon Wahrung und Zugang zu Gottes Wort in spezielle Situationen. Prophet lehrt den Menschen, dass sie lernen, in bestimmten Situationen, in Verfolgung, in Kriegszeiten, mehr auf das Wort Gottes zu hören. Was wurde schon von Jesus prophezeit und gesagt? Erdbeben wurde prophezeit, der Kriege, der Gottlosigkeit. Und es wurde auch gesagt, das Wort Gottes wird verkündigt bis an das Ende der Welt oder Weltende. Das bedeutet, wir sind dafür da, um die Möglichkeiten Gottes, auch das Wort Gottes zu studieren und zu sagen, was sagt die Bibel dazu? Wir vertiefen uns in das Wort Gottes, liebe Freunde. Und je mehr du das, oder öfters du die Bibel öffnest, desto mehr öffnet sich die Bibel dir. Liebe Freunde, wir sind am Ende des ersten Teils des Seminars angekommen. Im zweiten Teil sprechen wir über die Aufgabe des prophetischen Dienstes in der lokaler Gemeinde und darüber, wie er über Umsetzung der Gemeindevision unterstützt. Liebe Freunde, und wie die Vision überhaupt auch im Privatleben umgesetzt werden könnte. Dazu im zweiten Teil. Also schalte gerne wieder ein. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich wünsche euch viel Segen und viel Kraft. Und im zweiten Teil bete ich gerne für euch. Bis bald.